Im Rahmen von Blockupile haben sich die Bullen immer von ihrer besten Seite gezeigt. Auch letztes Jahr haben sie mit einem gezielten Eingriff in die Demonstration ca. 600 Leute eingekesselt und bis zu 9 Stunden festgesetzt. Aufgrund der passiven Bewaffnungen durch Regenschirmen ging eine Bedrohung aus. Das lassen wir uns nicht bieten.